Heute spielt Argentinien gegen Portugal. Das ist ein besonderes Spiel. Portugal hat Anstoß. Messi passt zu Ronaldo. Ronaldo schießt. Und Tor! Argentinien hat Anstoß. Messi foult. Ah, das hat weh. Argentinien hat zwei Schuss. Und Latte! Abschluss. Flo hat den Ball. Passt zu Ronaldo. Trüppelt. Passt zu Flo. Flo passt zu Darin. Schießt. Und Tor! Tor! 2 zu 0. Flo wird ausbreitet für Berat. Argentinien hat Anstoß. Argentinien geht aufs Tor zu. Argentinien nimmt den Ball weg von Darin. Dann foult Berat Timmy. Ah, gelbe Karte. Elfmeter. Timmy schießt. Und Tor! Portugal wechselt aus. Damon schießt aufs Tor. Der Torwart faustet den Ball zurück. Direkt auf Damien. Er schießt und Tor. Das Spiel ist aus. 3 zu 1 für Portugal.